Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der Demo von Sea of Stars. Ich bin gespannt, was uns noch erwarten wird in dieser Demo und wie schwierig die Rätsel hier noch werden. Teilweise stehe ich hier schon ein bisschen auf dem Lauch. Ah, hier kann man runterspringen, okay. Überlebens-Tipps. Snacks stellen Epi und Empi wieder her. Nutzt das Lagerfeuer, um mehr Snacks zu kochen. Wenn du dir Herausforderungen nicht zusagen solltest, kannst du dir die Relikte ansehen, um deine Erfahrungen anzupassen. Mehr Infos. Ja, okay. Sind wir denn jetzt noch verletzt? Ich weiß es gar nicht. Oh ja, wir sind sehr verletzt. Ah, Moment. Wie hatte ich das? Ja. Items. Kräuterfilet. Können wir da mal? Uh. Ah, komm. Oh, die hat gar nichts gebracht. Ähm. Achso, die macht MP. Upsa. Und hier hätten wir gleich alles heilen können. Naja, gut. Habe ich nicht gesehen. Kann ich das schon? Keine Ahnung. Hm. Ja, guck mal. Wie ging jetzt das? Drücke zum Ablenken. Ah, so geht das. Ah, cool. Drücke immer Leertaste, dann schießt das wieder. Oh, da habe ich es jetzt verpasst. Na gut. Nicht schlimm. Voll geil. Okay, also diese, die Attackenarten hier finde ich mega. Donner. Okay. Oh. Ah, sieht so schwerst, schwächst so ein Ding aus. Erzähl wirklich nicht. Wie. Können Ernährung machen. Okay. Hat sie den Apfel genommen? Sehr gut. Ich muss erst mal den hier machen. Verwünfer. Okay. Was heißt das? Nein, das reicht nicht. Okay. Dann machen wir mal rein in das Licht erst mal auf uns. Das war gleich auf den Latschen. Ratschen. Hm, ganz schön. Danke, Pies. Sehr gut. So, jetzt komm. Oh, Inio. Ja. Okay. Ist schon nicht ohne hier, die Kämpfe. Ach, ich habe auch schon wieder vergessen, wenn die angreifen, dass wir ja auch blocken können. Ah, vergessen. Entschuldigt. Ja, wenn man leicht dran denkt, ist doof. Ich warte immer einfach nur ab, was die machen. Ach. Wir können so ein Pilzding ins Nehmen. Ja, das sollten wir mal machen. Warte mal. Das heilt ja alle. Dann vielleicht noch eine Beerenmarmelade für ihn hier. Okay. Ja, das funktioniert nicht. Hm, das hier ist es nicht. Das war so mal normal. Okay. Es wird dann wirklich schwierig, wenn es so schnell ist. Nein, immer nicht. Schade. Ich habe schon wieder vergessen. Ach man, ich... Irgendwann werde ich versuchen, abzulenken. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich funktioniert, aber ich würde es gerne mal versuchen. Homo. Homo. Oh, da wird der Angriff regeneriert. Hier war es drei MP auch noch. Das machen wir mal. Ach, geil. Das Kampfsystem ist echt geil. Ich liebe ja auch rundenbasierte Kampfsysteme. Aber seit Final Fantasy... Also, jetzt ja nicht mehr. Jetzt haben die ja keine rundenbasierten mehr. Aber damals halt noch. Seitdem liebe ich das eigentlich. Rundenbasiert. Gut, dass man hier runterfallen kann. Ich nehme mal an, das ist eine gute Idee. Okay, ich bin gerade sehr froh, dass wir doch noch eine Folge machen. Dass ich jetzt nicht einfach beendet habe. Ach, das geht doch. Guck mal. Oh, ja gut. Ich wollte eh kämpfen, aber schön, dass es so geht. Und mein, wie denn? Hm. So, ne, Tiergegner, ne? Und wir hätten vielleicht vorher nochmal einen heilen sollen. Okay, das können wir machen. Und hier ran. Okay. Erstmal hier voll. Blasgel. Okay, da kann ich gar nichts machen, glaube ich, mit der Leertaste. Ich wüsste nicht, wann. Mein Kampfer mal drücken, aber das ist glaube ich nicht gut. Ne. Oh Gott. Das war jetzt richtig fies. Ui, ich glaube, das überlegen wir nicht. Das war jetzt mal heilen. Das war echt viel dagegen, dann hätten wir doch lieber aus dem Weg gehen sollen, glaube ich. Oh. Okay, also da geht gar nichts mit der Dinge. Gucken wir mal. Oh, wie doof das gelaufen ist. Oh Mann, ey. Und jetzt war es so wichtig, dass es gut läuft. Ärgerlich. Oh, ne. Das schaffen wir nicht. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Immerhin. Aber keiner im Knie hat. Ich fange alles mal an. Ne, wir müssen auch mal angreifen. Wie schön, wenn es mal einer drauf geht. Finde ich aber gut. Ich finde es gut, dass das hier tatsächlich anspruchsvoll ist. Ich weiß nicht, wollen wir das dafür verschwenden? Der müsste schon... Ach, wir sehen es ja da oben sogar. Aber so viel Schaden machen wir auch zusammen nicht. Ja, tatsächlich. Also gerade so noch gereicht. Was weiß ich hier. Okay, ist verwundbar. Mal hin. Ich weiß nicht, Entschuldigung. Jetzt sehe ich das da links erst mit dem Kombo, dass das da auflädt. Okay. Über den Charakteren. Oh Gott. Ja, einer wird voll drauf gehen. Ja, hier ist hin. Hm. Mist. Mist, Mist, Mist. Hm. Nee. Oh Gott. Oh, ich hasse die Tassen nicht. Wenn die Beeren Marmelade bringt, dann flitzt. Oh, okay. Den haben wir. Der hat gar nicht so viel. Ja, der... Er hält nicht so viel auch aus, wie wir heute sagen. Ich kann, glaube ich, nicht wegrennen. Verstärken kann man. Okay. Ja, immerhin. Kann ich schaffe an Donner? Oh, die lebt wieder. Ach, schön. Wie auch immer das passiert ist, aber es ist passiert. Sehr gut. Da ich bei meinen Gegner besiegt habe. Ich beschwere mich auf jeden Fall nicht darüber. Okay. Oh Gott. Das Ding. Was ist jetzt passiert? Oh, neue Stufe. Uh. Hm. Leben, glaube ich. Wir haben ja alle ein bisschen wenig Leben. Den nehme ich mal Verteidigung. Der geht so schnell runter, habe ich das Gefühl. Und er... Verteidigung. Wie gesagt, wir spielen eine Demo. Wir müssen jetzt nicht so genau überlegen. Ich hätte schon Bock, ne? Also, man hat immer auch so viele Spiele Lust, die zu Let's Playen. Aber das wäre auch so ein Ding, wo ich... Würde schon gern. Aber ich weiß, dass das meistens alles nicht funktioniert. Die ganzen Spiele, die man spielen möchte. Let's Playen möchte. Ja. Jetzt habe ich gar nicht so genau aufgepasst. Wo muss ich hin? Vielleicht da. Okay. Sollte... Funktionieren? Hm. Sehr schön. Sehr gut. Geschafft. Muss ich jetzt noch irgendwas machen? Nee, oder? Ich glaube, wir haben es durch. Achso, können wir jetzt da den grünen und dann wird es gemischt, ne? Sollte. Aber haben wir eigentlich eine Keksdose. Jetzt fehlt hier halt dann noch einer am Ende. Okay, ich nehme an, dass vielleicht dann die Demo auch durch ist, wenn wir das geschafft haben, hier alles. Das ist jetzt so eine Vermutung. Okay, danke schön. Schöne Falle. Ich hätte erstmal... Wir hätten uns mal heilen gehen sollen. Und speichern. Komme ich hier nochmal raus? Oh Gott. Oh Gott. Nein. Oh, ich kann nicht raus. Ich kam nicht weg. Scheiße. Nee, das überlebt man nicht. Das kann man nicht schaffen. Oh nein. Und nicht gespeichert so lang. Oh, wie ärgerlich ist das denn? Oh. Ich mache erstmal die, die weniger HP haben. Nein. Oh. Ich habe... Das war einfach. Boah. Ich halte. Kann man was machen? Keines Licht? Einmal hin. Ihm kann ich wahrscheinlich nicht heilen, wenn er da liegt. Das war aber wenig. Mist. Kein nicht so viel, wie ich gern hätte. Oh, guck mal. Ich glaube, da bist du tatsächlich gerade gut gefallen, ne? Ich habe das Gefühl, das liegt gerade gut. Ach, und ich kann ja auch beim Angriff, ne? Das geht ja auch. Okay, jetzt habe ich es. Okay, jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Na gut, da wollte ich nichts machen. Das war zu schnell. Okay, also, sowohl beim Blocken, Leertaste, als auch beim Angriff kann man nochmal die Taste drücken. Dann passiert da auch mehr. Ah, Mann. Wie spät. Wirklich gecheckt. Schauen wir mal. Hat das mehr gebracht? Ich glaube, ich habe im falschen Modell gedacht. Die kommen jetzt eigentlich wieder runter. Ach, nee. Ich kann jetzt eine Kombo machen, ne? Nee, kann ich nicht. Okay. Den können wir jetzt zumindest killen. Oh, und dadurch lebt er wieder. Okay, also, wenn wir den Gegner killen, dann steht bei uns wieder einer auf, scheinbar. Ich mache jetzt mal die Kombo. Ich weiß nicht genau, beim Angriff, wann man da am besten drückt. Also, hier geht es noch einigermaßen. Also, das Kampfsystem muss man echt noch ein bisschen lernen, ja? Oh, das war doof. Ach, der ist halt schnell. Also, der ist echt schnell. Nee. Ja, mach mal den Tod, bitte. Sehr schön. Okay, gut. Uff. Uff. Mhm, sehe schon. Außen und außen. Und die sollten wir mal lieber Sachen zum Essen geben. Ja. Ach, sofort? Oh Gott. Ich dachte, das war nur einmal. Okay. Ich würde echt gerne mal probieren, ob ich nochmal drüben speichern und aufladen kann. Mal gucken. Kann auch sein, weil es ist jetzt alles wieder auf Null gesetzt. Weiß ich nicht. Ich möchte ungern den Fortschritt verlieren. Gut. Immerhin gespeichert. Jetzt noch hier ran. Ach, ich kann ja auch kochen, ne? Oh, wir können uns ja noch Sachen kochen. Oh, gut. Ja, das machen wir. Sehr schön. Uff. Gut. Ich glaube, da für Kräuterfilet haben wir, glaube ich, nix. Nee. Immerhin. Sehr gut. So, nochmal ausruhen und dann sollten wir das auch schaffen. Ah, schön. Erleichterung. Speichern wir nochmal. So, und dann gehen wir nochmal fit dort hinein. Ist jetzt auch nicht schön, weil wir nochmal kurz mal anfangen müssen. Hopp, soll nicht alles von vorne. Nee, müssen wir gar nicht. Okay, na denn. Hopp, kommt her. Ja. Okay, irgendwann geht's nicht mehr. Irgendwann ist einfach zu schnell. Aber das war gut. Das war sehr gut. Sehr schön. Okay. Wenn man ein Kampfstil dann langsam ausmacht. Also die Kampfmechanik, dann ist es echt geil. Sehr schön. Komm, komm mal. Kombo rein. Hopp. Fantastisch. Mensch. Okay, so macht's auch echt Spaß. So. Und nun? Achso, ich verstehe. Halt, halt. Und die letzte Kampfrunde. Ähm, weißt du? Ach, der ist resistent. Oh. Und hier geht's? Auch resistent. Okay. Ähm. Muss man mit dem Schwert draufhauen? Heißt das das da mit dem Schwert? Oder heißt das auch resistent gegen Schwert? Ich bin mir unsicher gerade. Ich mach mal erst mal den hier gerade tot. Und dann gucken wir mal. Ach, jetzt macht der das. Okay. Na gut, dann ist er die Turnierin unterwegs. Ist okay. Beschwer ich mich nicht. Vielleicht kann man den dann auch gar nicht kennen. Vielleicht muss man tatsächlich darauf warten. So. Alle geschafft? Das war flott. Wirklich flott. Ja. Wir haben's. Bin ich mal gespannt, ob die Demo jetzt wirklich gleich vorbei ist. Zeitlich würde sich das jetzt ganz gut machen, wenn jetzt noch ein Bosskampf kommt. Ach, der ist noch inaktiv. Oh. Ähm. Wie krieg ich ihn inaktiv? Hm. Nein, noch irgendwas, was ich da sehen hab. Außer die Leiter hier unten. Ähm. Ähm. Wir können schwimmen lassen. Interessant. Aber was bringt mir das? Ähm. Da komm ich, glaub ich, noch was mal hin. Oh. Scheiße. Ach, deswegen. Wenn man hier runterfällt, kann man wieder... Okay, verstehe. Dafür ist das. Aber hier ist doch gar nichts mehr zum aktivieren. Hm. Nee. Muss ich das an dem Ding hier machen? Och. Scheiße. Ich bin verwirrt, wie ich jetzt den Kristall da reinkrieg, ehrlich gesagt. Wenn das nicht aktiv ist. Aber hier ist nichts. Wir haben das eben bei dem anderen gemacht. Ja. Toll, hab ich mich gerade noch so gefreut, dass es so einfach war. Und jetzt ist hier irgendwas. Ich ver... Ach doch, warte mal. Hm. Okay, okay. Verstehe. Wir schaffen neue Farben. Warte mal, jetzt haben wir gelb. Gelb hatten wir ja schon. Das macht nicht viel Sinn. Dann müssen wir lieber mal rot und blau. Und haben wir lila. Lila hatten wir nicht, oder? Ich glaube nicht. Nee. Nee. Interessant. Schöne Rätsel. Gefällt mir bisher sehr gut. So, was machst du? Mhm. 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 Was haben wir hier? Hey, hey. Genau hier. Im Brunnen. Hä? Ich hab meine Uhr im See verloren und ein Fisch hat sie verschluckt. Könntest du ihn für mich fangen? Er müsste eigentlich leuchten. Okay. Okay. Grundlagen des Fischens. Drücke zum Auswerfen. Ja. Okay. Okay. AD. Steuern. Eintauchen lassen. Okay. Hm. Steuern und drückteilen, um ihn einzuholen. Ja, wer will er hinkriegen? Leiden darf nicht reißen. Ja. Okay. Okay. Ich wollte jetzt nicht alles vorlesen. Dauert ja ewig. Nee, den will ich nicht. Hm. Ich will eigentlich den anderen, aber okay. Könntest du auch wieder aufzuleuchten? Quasi nicht. Okay. Ich lass mal los. Wir wollen ja auch den gar nicht. Ah, Mist. Ich will die noch mal ein, nicht. Hm. Das wird doch schwierig. M. Nie, nie, da. Ach Mann, warum beißen die denn immer gleich an? Ich bin mir noch unsicher, wie das mit der Steuerung hier richtig funktioniert. Hä? Wieso? Achso, weil jetzt keiner bestanden. Okay. Jetzt hätten wir ihn. Na, komm. Okay, geschafft. Oh, gut. Golden Uhr gefangen. Okay. Okay. Äh, i. Hast du meine Uhr gefunden? Hm, ja. Haben wir. Bitte schön. Das ist sie. Vielen Dank, mein Freund. Hier ist eine Kleinigkeit für deine Mühe. Dankeschön. Hm, sehr gut. Sehr gut. Dann schnell zurück. Halt. Mie, ist mal falsch. Na, da. So, dann müssten wir jetzt zum Letzten kommen. Ich hab die leise befürchtet, dass es einen sehr schwierigen Brustkampf geben wird. Mal sehen. Ich geh nochmal speichern. Hm? Hä? Äh, hallo? Ist da draußen jemand? Hm, sei vorsichtig, Garl. Wir wissen nicht, was uns hier erwartet. Ich hab was gefunden. Äh. Äh. Was ist das? Hm, vielleicht ist die Münze da drin. Halt! Fühlt sich stark an. Macht euch bereit. Sag ja, Bosna. Sag ich doch. Cool. Äh. Okay. Okay. Wir hätten vorher auch mal ausruhen sollen. Vielleicht. Wartet mal. Wir nehmen mal eine Pilzsuppe. Also, wir machen uns mal ein bisschen. Hätten wir vorher machen können. Naja. Resistent. Ja, das ist doof. Na, jetzt noch nicht. Besser, aber auch resistent. Nee, was soll ich mal machen? Wir nehmen mal MP. Dann können wir nämlich Mondsicherzeug und so machen. Ah, nein. Oh, wow. Okay. Ich sehe schon. Okay, nehmen wir auch mal was. Ja, jetzt hat es doof. Die können wir nicht wirklich umhauen. Ich würde die einfach detonieren lassen, weil ich einfach nicht weiß, ob das besser machen kann. Nee, noch nicht. Dankeschön. Habe ich umgesehen, wie viel HP der hat? Nee, ne? Ich muss gleich mal drauf achten. Haben wir noch überlebt, gerade so? Oh, was macht denn jetzt? Oh Gott. Okay. Ach, du Scheiße. Ah, wie gemein ist das denn? Das war ja fies. Ich weiß nicht, ob er den wieder aufstehen lassen kann. Oh, wow. Oh, der ist jetzt aber fies geworden. Dann kriegst du mal einen Apfel. Uh, ha. Hm. Ich weiß nicht, ob der irgendwann wieder aufsteht. Sonst war es ja, wenn wir... Ach, okay. Da ist er wieder. Gut. Nein. Nein. Nee. Gut. Na gut. Hm. Ich würde gerne ein Kombo machen können. Ist das auch gut? Oh nein. Er kann eine Singularität. Ah, Scheiße. Oha. Au. Oh. So schnell wieder was nehmen. Oh, wir haben ja nicht viele davon. Na, schade. Hm. Das ist resistent jetzt auf einmal. Oh nein. Weil er die Gestalt gewitzelt hat. Ja, ja. Nein, kann ich. Hm. Okay, er ist wieder da. Das ist schön. Dann können wir eine Kombo machen. Stellt die LP aller wieder her. Ach ja, dann sollten wir das leider machen. Das sieht voll cool aus. Mal machen wir einen Sonnenbeiß. Ah, ist leider wieder einen Stuf runtergegangen. War zu langsam. Oh, den brauchen wir noch nicht. Und wir detonieren. Okay. Ich glaube, es ist ein bisschen sogar abgeblockt gerade. Nochmal für ihn die Bärenmarmelade. Ah, jetzt schon wieder. Hallo. Ah, reicht nicht ganz. Scheiße. Können wir theoretisch auch machen. Okay, du darfst angreifen. Nicht so viel, aber okay. Oh, jetzt hätten wir genug. Ich sterbe jetzt, wo ich dich auflade. Oh, das Ding detoniert. Ich weiß ja wirklich nicht, ob ich da was machen kann eigentlich. War zu? Das können wir auch machen. Okay. Na nein. Oh, scheiße. Ach, Mann. Ja, das ist einfach. Verkackt mal. Das einfach. So. Macht mal. Nein. No, du lässt hier mal. Das muss doch bald mal tot sein. Nein. Nein, nein, leider um nichts. Hm. Oh, noch 20. Okay. Ah, nein. Oh, nicht gut. Nicht gut geblockt auch. Schade. Ich stück doch einfach mal. Oh, es war wundbar. Okay, das ist schön. Versuchen wir mal. Okay, nochmal hin. Ein bisschen. Ja, Gott. Keine Ahnung. Ja, 30. Aha. Na komm. Schöne ihn doch. Oh Mann. Nein, nicht das. Oh nein. Oh nein. Nein. Ui. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Okay, er ist wieder aufgestanden, immerhin. Wir können eine Kombo machen. Wir müssen sterben. Oh, trotz Block. Oh Mann, ey. Komm, wir töten ihn jetzt. Nein. Ah, zu früh gedrückt. Ich war zu ungeduldig, ich hab zu früh gedrückt. Das war doof. Richtig doof. Okay. Oh, das wäre mal ungeduldig. Ich würde nicht noch ein bisschen ruhig bleiben gerade. Das war mal gut geblockt. Das war da. Das stimmt aber. Hopp. Okay. Und noch. Nein. Das stimmt aber. Hup. Hopp. 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 Okay. Okay, immerhin. Das war gut. Oh Gott, da hat er viel HP, ey. Oh Gott, was ist das denn? Ernsthaft? Nein. Nein. Okay. Ich heile mal über. Gleich macht er schon wieder den Scheiß, ne? Jetzt. Achso, okay. Ja! Ja! Oh Gott. Oh Gott, ich freue mich. Das war's fürs Erste. Danke fürs Spielen. Wir hoffen, dass dir der kurze Ausschnitt gefallen hat und du einen guten Vorgeschmack auf das ganze Spiel bekommen hast. Du kannst die Dämon so oft spielen, wie du willst. Und wenn du Lust auf eine Herausforderung hast, kannst du Gerüchten zufolge ein bestimmtes Relikt auf dem Geheimen Markt irgendwo im Brist kaufen. Wir haben es geschafft. Sehr, sehr, sehr schön. Ich freue mich, ich freue mich. Ich hätte natürlich gern irgendwie auch im Spiel jetzt irgendwas, ja, eine Belohnung oder irgendwie, ja, ein Gut gemacht. Na gut, wir haben jetzt den Endtext gehabt. Aber ich muss mal kurz trinken. Oh, sehr schön. Oh je. Gut, Leute. Dann, ja, schön, dass ihr dabei wart beim Anschauen dieser Demo. Sagt mir, wie gesagt, gerne, was ihr von dem Spiel haltet. Und, ja, mal gucken. Vielleicht können wir es ja irgendwann mal als Play spielen. Ich bin nicht abgeneigt. Schauen wir mal. Also dann, schön, dass ihr dabei wart und bye, bye. Bye.